Nein, die töten mich. Ich glaube, die waren doch nicht meine Freunde. Ähm... Keine Ahnung. Warum waren die nicht meine Freunde? Ich dachte, die mögen mich. Nein, die haben die Zombies. So, ich pupse die jetzt an wieder. The Walking Boden, liebe. Genau. Was heißt eigentlich liegend? Müssten wir statt The Walking Dead der liegende Tod nehmen. Muss ich mal nachgucken. The Sleeping Dead. Der schlafende Tod? The Lying Dead. Genau. Lying, genau. War das nicht Lügen? Ist egal. Nein, das kommt drauf an, wie du schreibst. Genau. In meinem Fall könnte ich natürlich auch Sleeping Beauty nehmen. Und ich bin überhaupt nicht von mir eingenommen. Nein. Ich glaube, wir haben gewonnen. Ach ne, da hinten ist noch zwei. Wie Siege der Herzen. Ja, genau. Goldring der Sterne war auch Klä... 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 Ja. Und so, ne? So. Habt ihr fein gemacht? War auf jeden Fall geil. War lustig. Mir hat's gefallen. So. Ein Glück geht's hier nicht um Sachen und so. Morgen geht natürlich nicht. Und jetzt geht auch Sauerei. Ja, der wollte nicht. Körb hat was verlassen. Ach so. Hat sich entschieden, den Würfelwurf nicht wahr zu nehmen. Ich dachte schon, das wird so rot angezeigt. Ist man gar nicht gewöhnt, dass das rot und gelb angezeigt wird auch. Weil sonst steht da alles in weiß. Ist mir jetzt auch so aufgefallen. Beim Würfeln haben sie es eingestellt. Dann geht das auch bei anderen Sachen. Macht das mal auch bei anderen Sachen. Damit das schön bunt ist. Wie viel Mal wart ihr gestorben? Wir haben ne Klerikerwaffe für Level 30. 100 Mal. Ey. Warte. Warte. So, wer hat was? Für eine. Wir haben ne Klerikerwaffe. Yo. Einer geht noch. Und vielleicht sogar zwei. Auf jeden Fall war lustig. Muss sein. Dankeschön. Bitteschön. So, wo geht's hin? Ähm. Ja. Ach so. Ich werde angehandelt. Ich dachte schon, das ist wieder so ein Würfel. So. E. Ach so. Und den wollte ich doch haben. Genau. Ich schmeiße das hier raus. Bitteschön. Oh. Was ist das denn hier? Schimmernde Hose. Int. Cool. Danke. Dankeschön. Ich will auch eine. Von Skilly. Danke. Skilly klingt auch gut. Myty. Skilly. Lini. Kürpi. Hickey. Ach ne. Kuri. So. Ne. Kuru muss ich bei Kuru bleiben. Sonst kriege ich Ärger. Ich bin ja wie gesagt. Ich komme ja aus dem Erzgebirge. Also aus dem Schandfleck. Aus Sachsen. Und da gibt es ja. Weil ganz in der Nähe gibt es ja Erzgebirge Aue. Und da einer der besten oder bekanntesten Spieler hier in Erzgebirge Aue. Obwohl ich kein Fußball spiele. Ist das bekannt. Der hieß Kuri. Und nicht, dass ich da Ärger kriege. So. Hab jetzt weit ausgeholt. Ich glaube wir laufen einfach durch. Kommt alle Kuru hinterher. Kuri. Kuru. Kuru. Hanti hat schon. Kevin kann ich Kevi nennen. Kevi. Kevi. Genau. Und Sweety. Sweety. Sunny könnte ich zwar auch nehmen. Aber Sweety klingt irgendwie sweet. So. Warum? Da ist jemand faul zum Laufen. Wer? Wer? Wer ist es? Sprech dir die Beine doch. Kann ja wohl nicht sein. Erinnert mich so an mein Fortsch. Wo er noch gespielt hatte. Schade sich, stelle erfolgen. Ich habe keinen Bock zu laufen. Och das würde ich nie tun so was. Das habe ich noch nie getan. Nie in meinem Leben. Wirklich nicht. Ja 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 ja. Naja wäre er irgendwo alleine rumgelaufen. Hätte er sich wahrscheinlich zu 100% verlaufen. Ja. Also Mythi stelle immer auf Folgen. Nein. Ach schön. So. Das ist der Zombie-König. Geil. Ich habe ihn getötet. Boom. Hose der Kraft. Meine Hose. Wer hat sie bekommen? Was ist es? Und warum? Keine Ahnung warum die Set-Teile nicht mit angezeigt werden. Das ist ein bisschen komisch. Hm? Gut. Äh wie Taku. Also Hanti. Hanti. Ja ist kein Problem. Ja. Wie gesagt. Je nachdem für wen sie ist. Einfach ein bisschen hin und her tauschen bei den Set-Teilen. Sollte ja kein Problem sein. Kriegen wir hin. Ist hier noch einer? Nö. Ja so gut ist die Milch. Nächster Bob. Nächste Quest. Und ich denke das wird dann aber auch der letzte sein. Muss der letzte sein. Sonst kriege ich Ärger mit meinen Leuten. Aha. Oder schlimmer. Die fressen mir alles weg. Ja das wäre eindeutig schlimmer. Ich habe Chips. Ich. Ich habe mich. Und ja ich habe gehört dass du Chips hast. Hat man ja gehört. Das war ja. War ja nicht zu überlegen. Ja am Anfang vom Stream. Ja genau. Ich habe ihn nämlich zusammen gestaucht. Und deswegen macht er das jetzt nicht mehr. Jetzt ist er artig geworden. Ich könnte es machen. Das war's. Ich will nicht mehr aus der Gruppe fliegen. Ey. Sagte er und ist aus der Gruppe fliegen. Schön. Kuro hat eine leider verbrannte Pizza. Ich sag schon. Es tut mir leid. Ich bin nicht aus der Gruppe fliegen und als bin ich schon draußen. Aber. Aber. Ja. Warum lässt du die eigentlich verbrennen? Das geht doch eigentlich viel leichter wenn man sie nicht verbrennen lässt. Dann ist er auch schneller fertig. Sie musste uns führen. Deswegen. Ach Quatsch. Das hat nichts damit zu tun. Sie hat die Pizza für uns geopfert. Ach so. Na dann. Dann ist es okay. Dann ist genehmigt. Wenn du Essen für mich opferst, ist das okay. Das haben schon die Ureinwohner von irgendeinem Stamm gemacht. Die haben Essen geopfert für mich. Für den großen Black Blubber. Elika, mein Ring. Und warum würfelst du eine 100? Weil ich kann. Na gut. Dann kann ich es auch wegtun. Weil ich habe ja eh. So. Flup. Warum würfelst du eine 100? Ist gemein. Ich will auch mal was. Immer nur die anderen. Hier. Hier. Habt ihr. So. Weg damit. Woll ich nicht. Ich. Ja? Was? Hast du was gesagt? Was? Ich hab gut. Wie dir das jetzt erst auch gefallen hat. Ey. Ja. Machen wir nicht von Kevin weg, Alter. Warum? Magst du Kevin nicht? Sag nichts gegen Kevin. Will nur zu Dings wieder. Äh. Zu. Skilla. Kevin ist ein ganz liebes Mädel. Was? Nur Spaß. Mythi ist ein ganz liebes Mädel. Also naja. Wieso wurde ich eigentlich rausgeworfen? Wieso nicht? Ich weiß es auch nicht. Na aber es wird schon einen Grund haben. Das bin ich. Wächst nichts gegen Kevin. Zu spät. Ich mag das. Ja. Hintet ihr spielen? So. Komm. Hängt irgendjemand in diesen Kevin? Ich glaube. Bleibt gleich ja deine. Bleibt gleich ja deine. Ähm. Also einer. Einer muss ihn ja kennen, der ihn eingeladen hat. Also insofern wird es wo einer sein. Und als ich vorhin gefragt habe, hat auch jemand gegrinst und gelacht. Nee. Verliebt er mich. Also ich kenne ihn nicht. Ich auch nicht. Ich leck. Ich auch. Ja. Also im Stream ist er dabei. Zumindest hört er mich da. Oder es ist jemand, der hier irgendwie keine Ahnung was ist es denn. Ist ja egal. Er tut uns ja nichts. Insofern habe ich ihn drin gelassen. So. Außerdem wollte er mich sonst verklagen. Deswegen habe ich gesagt, nee lieber nicht. So. Wollen wir da jetzt noch einen machen? Oder wollen wir, äh. Hashtag. Hashtag. Einer geht noch. Kevin liebt mich. Dich. Einer geht noch. Einer geht noch sterben. Kevin ist auch ein ganz liebes Mädel. Und das ist Black Mast. Sammel. Komm Helferin Remi 1 vs. 1. Hat er mir gerade geschrieben. Black. Ich habe ja sowieso immer deine. Der nächste Stream. Black. Denkt dran Leute. Der nächste Stream wird ein PvP streamen. Da machen wir das wirklich. Äh. Dass wir uns einfach mal so gegenwürzelseitig. Zumindest ein paar. Paar. Stunden. Jahre. Gehen wir da in dein Schlachtfeld 1. Das wird lustig. Welches Schlachtfeld auch immer wir reinkommen. Black. Ich schaue ja auf YouTube immer. Alle freie Schlachtfälle haben keinen Levelcap mehr. Ah. Dann geht's. Dann will ich ins Schlachtfeld 4. Weil du da hinkommst. Klar. Mythi führt. Black. Was? Bläh was? Black. Ja das bin ich. Ähm. Ich schaue ja immer auf YouTube deine Livestream-Videos. Ja. Und warum haust du die? Ich glaube an der Stelle von vorhin werde ich. Ach du die schaust die. Ja. An der Stelle von vorhin werde ich bestimmt werden und lachen. Warum? Oh ja. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Weil du mich die ganze Zeit rausgeworfen hast. Würde ich niemals tun. Ich hab das. 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 Das bildest du dir bestimmt wieder ein. Ja. Ja. Und am Ende ist da wieder ein Hacker der das in meinem Video so umschneidet dass das auch wirklich so aussieht. Ich würde sowas nie tun. Ich bin voll. Ja. Ich kenne einen Hacker. Meine Seele und mein Herz. Die sind vollkommen rein. Wie coole. Verdammt. Ich hab Freunde gefunden. Äh. Warum? Ich hab. Ich weiß es nicht. Ich will einen Zombie als Freund. Ähm. Ich hab zwei Zombies und einen Fuchs. Den Fuchs möchte ich gerne behalten. Aber den Zombies möchte ich gerade nicht. Gib mir einen Zombie. Fuchs du hast ihn ganz gestohlen. Ne Fuchs du hast den Clary gestohlen. Gib ihn wieder her. Gib ihn wieder her. Bekommst keinen. Bekommst keinen. Sonst kriegst du einen Mana Blitz in den Arsch. Das tut sich ganz schön schwer. Jetzt nehmen wir ruhig einen Zombie. Jetzt nehmen wir den Zombie. Nö. Jetzt nicht mehr. Jetzt will ich nicht mehr. Äh. 90er Abby wäre auch was. Wenn wir da rein könnten. Wo lauf ich eigentlich rein? Ich würd das. Weck ich würd das nicht machen. Das gibt sonst eher. Sonst kommt ihr mit dem Heidscher oder so. Ja. 110 oder so. Ja. Macht ja nix. Weißt du. Wenn wir PvP machen. Komm ich mit meiner 81er Blitz. Dann komm ich mit meinem Level 41er. Komm ich. Wenn wir wieder so viele sind. Wenn wir wieder so viele sind. Wirds nächstes Mal ein Gildenturnier. Dann erstellen wir zwei Gilden. Und machen einen Gildenkrieg. Jetzt mal achte Ohrringe. Ja. Das wär eigentlich auch mal eine Idee. Gildenkrieg. Lassen wir mal gucken. Wenn wir genug Leute zusammen sind. Und wenns halt in jeder Gruppe vier sind. Oder hier wie in der Gruppe hier fünf Leute. Aber halt auch so Level 35 Maximum. Oder Level im 30er Bereich. Ich bin tot. Wieso gleich? Bl- Black. So. Ähm. Weil du gerade nur einmal angegriffen wurdest. Und dann tot. Ja. Warum kamen die auch alle zu mir? Das ist voll fies. So. Wir wollten ein Autogramm von dir. Wo sind der nächste Bob? Äh. Bob-Boss mein ich. Bob. Ich bin Bob. Ja. Das weiß ich. Nein. Ich bin Tammy. Hi. Hallo. Ich bin Tammy. Und das ist mein Freund. Ja. Don't forget my other friend. Hi. I'm Bob. Was labert ihr? Ich glaube ich weiß es noch. Undertale. Ja. Denn Undertale nicht. Äh. Äh. Der erste Platz dieser Saison geht an Skyline. Der zweite an niemanden und der dritte an Punkt. Herzlichen Glückwunsch Skyline und Punkt. Und niemanden hast vergessen. Ich bin stolz auf dich. Punkt. Ja. Das hast du sehr gut gemacht. Punkt. Ne. Leerzeichen war der andere. Auch herzlichen Glückwunsch an den zweiten an Leerzeichen. Sehr geil von dir. Spitz. Bring es mit Leerzeichen. Wir müssen jetzt irgendjemanden hinterherrennen glaube ich. Weil irgendjemand schon wieder auf uns wartet glaube ich. Und wir irgendwie schon wieder in der Gegend rumstehen. Hier ist Kuru. Hier ist der Boss. Ich was nicht. Kommt ihr nur. Sie fragt schon. Einfach nur weil ihr mir immerhin hinterherrennt. Würdet alle losrennen dann würde ich nicht stehen bleiben. Bisher würde auch. Ihr müsst mal Kuru hinterherregen. Kuru ist Chef. Kuru ist Boss. Ich. Ich. Ich renne einfach in. mit allen anderen hinterher. Weil ich verwirrt bin. Was mich aber immer noch besser macht als Mythid. Weil der rennt in der Regel nicht hinterher. Doch. Ich renne immer hinterher. Das sieht man ja. Manchmal. Du. Du hast mich jetzt darauf trainiert. Noch nicht. Ich hab dich indoktriniert. Nein. Ich bin heute häufiger bei der Gruppe geblieben als die letzten. Ja. Aber noch nicht perfekt. Da gibt es noch Verbesserungsbedarf. Was zerstört mich? Können wir das schaffen? Du musst ja auch verbessern. Du musst mal deine Kampfskills verbessern. Mache ich ja. Deswegen habe ich ja so viel Schaden, dass die mich hauen. Deswegen stirbst du ja auch so oft. Ja eben. Du musst das TS verlassen und sonst störe ich im Stream. Ja. Kein Problem. Ja. Dann bis später. Wie gesagt. Lange geht es ja eh nicht mehr. Ach. Die hauen wir. Elika ist weg. Sauerei. Ja. Elika will nämlich auch noch von einem anderen YouTuber. Ich weiß jetzt gar nicht welchen. Oder von einem anderen Twitch-Streamer. Livestreamer. So ist richtig. Will sie irgendwas angucken. Ich weiß nicht genau. Was hat sie mir glaube ich verraten. Von Arma 3. Glaube ich. War es. War es Arma 3. Weiß gar nicht mehr. Also von irgendwo. Irgendwo irgendwas. So. Möchte ich irgendwas würfeln. Warum habe ich schon wieder ein volles Inventar. Ich kriege immer ein volles Inventar. Warte ich würfe gleich. So. Bitteschön. Bitteschön. Jetzt juckt die Nase. Wie immer. So. Okay. Der war tot. Nein. Doch. Er war auch tot. Das Schild brauche ich nicht. Hier. Das Schild. Am besten. Ja. Wer sollte das Schild denn bekommen? Mir geben. Du brauchst es doch eh nicht. Du tankst ja nicht. So. Aber er hat es bekommen. Es ist ein Anzeichen dafür, dass es auf jeden Fall so sein sollte, dass du mal was machst. Also es ist ein Hinweis. Ein Hinweis. Ich verkaufe es. Nein. So. So. Leute. Ich würde sagen. Wir begeben uns in aller Ruhe nach draußen. So. Alle raus. Meine. Meine. Quatsch. Meine Lebensstelle sind eh schon fast weg. Ja. Ich verliere euch noch mehr. Meine sind nicht weg. Oh. Ne. Wartet mal. Wartet. Wartet. Ähm. Black. Will. Noch. Ab. Haut. Noch. Paar. Mö. Pse. So. Der Kevin schreibt, bist der Beste. Dankeschön. Eins oder so. Der noch drei. Hab ich gerade so gesehen. Das muss ich noch machen. Dankeschön, Kevin. Äh. Du bist der Beste, hat er geschrieben. Äh. Das andere ist was anderes hier. Das, ähm. So. Warte mal. Wie geht das hier? Äh. Gold Spermer melden, ne? Der Kevin. Gold Spermer melden. Das geht ja. So. Das andere.